...Tobito gegen Rosalina hat, aber die Charakter sieht man auch echt nicht auf, deswegen sollte es sehr, sehr interessant werden. Du spielst mich nicht. Okay. Ebenstart, Ebenstart. Okay, nevermind. Er wurde wieder ganz schnell nicht lieben. 18% zu 1. Aber Tobito lässt natürlich nicht locker. Er versucht natürlich weiter noch Damage einzuhauen, aber langsam. Oh, die Backer von Luma. Luma bleibt drin. Also, ich würde dir immer sagen, am besten so schnell wie möglich Luma weghauen, aber es ist natürlich sehr schwer. Ist auf jeden Fall eine echt schwere Situation für Tobito. Ey, Luma ist weg. Plus 1. 1 plus. Jetzt darf Tobito aber nicht so viele Fehler machen, sondern kommt Luma wieder zurück. Oh, Down-Air, Half-Smash. True Combo, denke ich mal, aber... Ja, spiel geht weiter. Aber, äh... Luma ist Rosalina. Das sollte wahrscheinlich echt so sein. Also, es ist echt Luma der Charakter, der eigentlich alles... Also, ich habe das Gefühl, dass Rosalina immer den meisten Damage macht und Luma hat einfach den Nock weg. So stelle ich mir das immer vor und deswegen will ich Luma immer so schnell wie möglich weghaben. Aber es ist auch gerade sehr gefährlich für Tobito. War, äh... Luma ist wieder weg. Wieder 1 plus. Jetzt muss... Also, Rosalina ist auch ein echt leichter Charakter. Im Sinne von schwierig, äh, von Gewicht. Das ist das Wort, was ich gesucht habe. Und, äh, wenn Tobito eine gute Attack, so eine Back-Air oder Half-Smash mit, äh, Asen raus haut, ist es einfach vorbei. Bei gefühlt 50% schon. Aber, äh... Tobito kommt halt einfach nicht rein. Er versucht sein Bestes. Yes. Äh, aber er kommt einfach nicht rein. Das ist einfach... Und 3-1. 100% auf Rosalina. Also, wirklich gut. Ein guter Hinten, Rosalina ist down, aber... Den muss der natürlich einfach finden. Der Kingslayer. Der XX. Kingslayer XX. Oh mein Gott. Oh, da wollte Kami echt alles haben. Da, da hat Kami alles gespielt, aber... Tobito gut reagiert, gut zurückgehandelt und hat den Kill getaket. Aber jetzt, äh, wird's nochmal ein bisschen knapper. Dash-Tag gegen Shield. Natürlich nicht, was du sehen willst. Nearly Eats-Mash. Haha. Oh, okay. Also Kami geht momentan echt oft für die Downers. Äh, kann ich aber auch respekten. Hat aber funktioniert mit einem App-Smash-Combined. Oh, oh, auch wieder fast Eats-Mash. Fast Eats-Mash. Also, Tobito lässt auch nicht locker. Er versucht natürlich, ob wir es jetzt sein Bestes. Wer würde das nicht in die Situation, in, äh... So Semi-Finals. Aber, Kami macht ihm auch kein leichtes Spiel. Einer Abwehr relativ hoch von Kami und ist vorbei. Ein guter Edge-Guard mit Luma. Ein guter Held mit Luma. Das kann schon sein. Und Luma. Mit der krassesten G-Kamber der Welt. Macht das natürlich. Also, das Einzige, was du noch machen kannst, ist Get-App-It-Tag. Weil dann schlägst du Luma weg und dann ist er weg. Und, äh, Rurs hat ja, finde ich, die, äh, Rapid-Jab-Range. Deswegen, kleiner Misplay, kleiner Misplay. Aber, gut. Vielleicht lernt er es beim nächsten Mal. Man weiß ja nie. Aber, bei der Pressure macht man Fehler. Tweet du Arme überlegen, was soll er holen. Oder macht er ja perfekt. Fertig. Schon sofort im nächsten Spiel. Ich habe jetzt nicht die Stage gehört. Ich glaube, wieder... Ah, ne. PS2. Ein Neutral-Pick, den man sehr oft sieht. Aber, definitiv auch eine gute Stage. Muss ich dazu sagen. Oh. Luma da unten ist auf jeden Fall immer echt scary an der Ledge. Muss man aufpassen. Sonst ist der Stock vorbei mit einem... Stage-Spike. Aber, gut. Kamil ist wieder gut am Arbeiten. Subito versucht sein Bestes mitzuhalten. Aber, er kriegt es einfach nicht hin. Er kommt fast rein, aber wird dann sofort wieder rausgedrückt. Also, momentan nur 7% auf Rosa, 1,6% schon auf Subito. Bekommt jetzt auch Sen. Vielleicht kriegt er da was hin. Wir hoffen das Beste für ihn. Für die Phantom-Thieves. Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Okay, okay. Die Guns into Down-Air. Das hat auf jeden Fall schon... Guter Comeback, guter Comeback. Krass. Okay. Er kommt jetzt auf jeden Fall gut wieder zurück. Oh, mein Gott! Und zwei Down-Airs mit einem Draw. Oh, mein Gott! Okay. Krass, krass. Okay. Der spielt auf jeden Fall gerade auf einem anderen Level. Er hat gelernt. Normalerweise verteilt Kami die Down-Airs. Jetzt verteilt sie Tobito. Okay. Unerwartet. Fangen wir so. Unerwartet. Ei, ei, ei. Okay. Tobito auf jeden Fall ist mit einem 3-1-Lead wie Kami gerade. Gut recovered von Tobito. Aber Back-Air jetzt... Wird's eng. Luma kommt zurück. Versucht mit einem Down-Airs vielleicht zu catchen, aber... Jetzt will Kami den Kill. Jetzt will Kami den Kill. Ah, das ist mir echt noch kippt. Okay. Classic Rosalina-Kill. Ist schnell Out-of-Shield. Und mit Luma noch viel mehr. Knockback. Jetzt versuch aber Kami wirklich sein Bestes zu geben. Also jetzt... Und der alle Skills, die er hat. Abseits reicht. Probiert er noch auf 10%. Danke für wieder höher. Aber hat noch zwei Stocks. Wenn jetzt noch ein Back-Au... Wuuuuh. Gefährlich. Gefährlich. Hat gleich wieder Asen. Also auch gleich wieder die Down-Airs. Ob noch eine Down-Air passiert, wage ich zu bezweifeln, aber... Er macht auf jeden Fall gerade. Er ist ein Macher. Einfach ein Macher. Die Down-Air hätte ich wieder gesehen. Oh, Grab. Also wenn... Kann jemand bitte einen Clip machen? Ani Smash bitte einen Clip senden von... Der legende Tobito. Wirklich. Es ist einfach unglaublich, dass er gerade einfach innerhalb... 30 Sekunden... Das war's. GG. Well played. Alter. Das war echt verdammt stark gespielt von dem Video. Wirklich. Die Guns into Down-Air und der eine Down-Air-Catch. Krass. War sehr stark erlebt. Sehr stark gespielt. Auf PS2. Und jetzt kommen wir auf Town & City. Wie man sehr schön gesehen hat. Ja. Und wieder... Oh, ich dachte, der geht wieder auf Korin. Eieieiei. Haben schon fast Vietnam-Flashbacks gehabt. Gut. Ob wir jetzt nochmal genau dasselbe sehen von... Tobito oder ob Kami Adapted. Das sehen wir jetzt. Ich bin auf jeden Fall jetzt... Es ist even. Also ich finde das echt krass, dass jetzt Tobito sowas rausgehauen hat. Also gut. Auf so einer Stage kann Tobito nicht so gut Down-Air machen, weil Rosalina einfach unter Stage gehen kann. Und dann auch noch gut Recovern kann. Aber... Kann trotzdem noch passieren. Kami kommt deswegen wieder gut rein. Redet den Air-Dodge. Und Tobito will nochmal irgendwie reinkommen. Auf einem harten Weg. Weil ich mit einem Counter... Oh, der hat schon noch seinen. Krass. Okay. Tobito will die Baiten, aber... Kami grabt einfach. Ich finde es immer noch so richtig behindert, dass er Luma einfach stehen lässt. Der muss den Luma weghauen. Weil sonst hat er ein viel, viel schwierigeres Spiel. Das ist als ob du... Ein Spiel, was du noch nie gespielt hast, auf... Ein CPU auf Level 9 spielst, obwohl du gerade Smash angefangen hast. Sozusagen. Luma ist einfach der Level 9 CPU und du bist der, der gerade auf Smash angefangen hat. Aber gut. Kami hat jetzt einen sehr, sehr starken Lid. Aber wenn... Wenn Tobito Asen hat und einfach richtig hart rein... Oh my back air into Upsmash. Das war eine patentierte Kombo mit Luma. Krass. Okay. Also man merkt, Kami hat Millionen Stunden auf Rosalina Luma. Das kannst du halt auch schon... Ja, eine Abwehr. Okay, jetzt hat Erwin wieder Asen. Wenn er jetzt richtig zick spielt und wieder richtig, richtig gerade aus, dann hat er wieder zwei Kills drin. Aber Kami lässt das natürlich nicht passieren. Der will aufpassen. Asen gleich wieder weg. Und Asen ist weg. Oh, jetzt mal auf. Oh, Luma. Fast mit einer Abwehr. Rausgehauen. Luma war schon tot, aber nochmal einen nachhauen. Warum nicht? Der Hass auf Luma ist da. Wie ganz. Natürlich ist jetzt wieder Luma da, aber... Kommt auch wieder... Oh, Luma ist wieder weg. Schnell. Schnell geht das manchmal. Ein guter Knockback und Luma fällt langsam in den Tod. Nice Edgeguard. Und bringt auf Stage. Äh, on Stage. In HP. Jetzt wird es langsam... Even in Prozenten, aber nicht mehr in Stocks. Schon lange nicht mehr in Stocks. Stocks 3 zu 1. Wie in allen drei Spielen bis jetzt. Also... Das Video muss langsam aufpassen. Asen ist das, guck mal, viel, viel, viel näher. Ist schon jetzt draußen. Wie gesagt, eigentlich macht... Äh, kam mir die ganzen Down-Hairs, aber gerade eben Tobito echt stark gemacht. Jetzt aber ein Hit für Tobito und das war... Äh, ein guter Down-Hair, ein guter Back-Air für, äh, Joker, Tobito. Und das war's mit Lucy... Oh, mit Rosalina. Verweckst du schon Lucina und... Oh, den ersten Spielst du nicht fühlen von Luma. Der macht Damage. Der macht harten Damage. Heim kommt zurück. Langsam sieht es aus wie ein Free Stock, aber... Ob es passiert ist, das ist natürlich die nächste Frage. Oh, schlechte Air-Rot. Oh, das war's. Armes Ding. Free Stock. Sah überhaupt nicht so aus wie das zweite Game. Vielleicht wieder PS2. Mal gucken, was der Counter-Bick ist. Vielleicht wird's auch gewandt. Und... Oh, ja, wieder PS2. Mit Gladion. Gut, also das Sonnenschild. Äh, Sonnermut. Tobito muss sich hier auf jeden Fall jetzt sehr, sehr stark konzentrieren. Wenn er so eine Leistung wie aus Game 2 rausholt, dann wird es ein spannendes Game 5. Aber auch das passiert. Ist... Das wird zweifeln, weil Kami hat gerade echt nicht aufgepasst. Und hat zwei Downers kassiert. Jetzt passt er stark auf. Er will natürlich jetzt nicht wieder von zwei Downers kassiert werden. Und da geht schon Kami rein. Also, wie Kami spielt, ist schon echt unik. Die Invincibility von der Rotion, die war ausgenutzt. Von den Rapid Jabs. Wer es noch nicht wusste. Nach elf Hits von einem Rapid Jab kann man einfach rausrollen. Wenn es mal ein Frame 1 im Invincibility. Aber natürlich, Tobito kämpft sich wieder ein bisschen zurück. Natürlich, jetzt macht er sogar ein bisschen einen besseren Job. Vielleicht ist es die Stage, man weiß es nicht. Aber er ist jetzt wieder eine Elite. Das sieht man ein bisschen seltener. Gut, Air Dodge. Äh, Spot Dodge. Und er wollte einen Air Dodge wahrscheinlich haben. Dieser Luma. Dieser Rabauke. Der muss da weg. Wenn der Luma da ist, dann macht er echt zu viel. Mit Luma geht das jetzt schon. Okay, jetzt nicht mehr. Zu high. Also, dieser Rabauke, Luma. Er hat ein bisschen auf der Recove-Plattform gewartet. Wahrscheinlich ein bisschen dispointed. Aber gut. Guter Stall. Um Luma zurückzubekommen, auf jeden Fall. Ist natürlich wichtig, Luma da wegzubekommen als Rosalina. Weil, der macht die ganze Kill-Power. Und den Damage. Schlechte Richtung. Falsche Richtung. Dieser Luma. Dieser Schurke. Wirklich. Also, wenn Luma nicht da wäre, wäre dieses Match-Up. Und allgemein, Rosalina ist noch ein schlechter Charakter. Aber dank Luma. Oh, wieder reingerollt. Äh, reingeloppt. Die Taunts? Ich habe schon die Taunts gesehen. Ei. Kami will jetzt aber echt einfach reintilten. Wer will, dass dieser Mann wütend wird, man einfach reingeht. Und einfach in seine Attacks lauft. Aber ich hoffe, Tobito bleibt still. Bleibt ruhig. Relax. Und geh nicht zu tief rein. Zu hart rein. Abbie. Gefakeout. Get up attack. Gut, jetzt hat er es endlich mal gemacht. Einmal. Wenn Luma on stage, äh, on, äh, Dings ist. Uuuuh. Du bist jetzt ekelhaft. Gut recovered. Uuuuh. Einfach reingelaufen. App smash. Jetzt, äh, last stock. Für Tobito, wenn er das jetzt noch nicht gewinnt. Und Tobito hat, äh, Kami hat noch zwei Games. Nicht gepunished für den Abi. Der muss auf den Luma aufpassen, wirklich. Wenn der Luma einfach dabei ist, dann ist das Game unmöglich. Das ist echt. So, du Calamity's mehr spielst. So krass sind die. So krass ist Luma. Backflow. Jetzt, oh, die Blaunier. Knapp, knapp. Blaunier Abi. Abbie. Okay, so. So, jetzt. Last stock, last stock. Tobito kann das doch reißen. Wenn er jetzt aufpasst. Aber, Ascension Highback. Ich will jetzt mindestens ein Tobito, äh, Aegon drauf machen. Für die, äh, für den consistenten Damage. Aber, Ascension weg. Er kriegt keinen Prozent rein. Kami läuft einfach nur weg. Er spielt einfach Snake, aber die C4 ist einfach Luma. So krass ist Luma. Rapid Jab. Killt noch nicht. Mit der Meinung ist er knapp. Wenn er, äh, Air Doge. Gut, gut. Gut recovered. Ich habe jetzt Angst, dass, äh, Kami jeden Moment einen Up Smash einfach reinhaut. Egal, bei welcher Landing. Er Smash, Get Up Attack wäre besser gewesen, finde ich. Aber, gut. Ich kenne die Range nicht. Hab er. Ich bekomme langsam aber sicher wieder, äh, Ascension zurück. Luma ist jetzt auf jeden Fall echt scary. Den, wenn er einmal von dem Luma gasset wird, ist es vorbei. Aber, Tobito spielt noch gut safe. Gut safe. Noch ein, ein, zwei Prozent. Oh, der Unheil Up Smash. True Combo, true kill. Und das war's. JG an beide Spieler war auf jeden Fall echt starkes Spiel von Tobito, muss ich zugeben. Der hat echt gut gespielt. Aber, aber...